Hallo meine Lieben, wir hatten jetzt in der Türkei vier Tage Ausgangssperre und da hatte ich ein paar Kunden, Freunde gefragt, ob wir nicht einen Film drehen wollen und sie haben ja gesagt, jetzt haben wir einen Film gedreht, den könnt ihr gerne anschauen, wenn ihr Lust habt, mit meinen Auswanderern, Freunden. Und zwar geht es da um das Thema Georgia Guidestones, wer die kennt, wer sie nicht kennt, das sind riesen Steinmonolithen, seit Jahrzehnten sind die in Georgia aufgestellt und haben halt eine komische Inschrift, keiner weiß von wem die, das sind ja teuer solche Sachen zu machen, von wem diese Steine sind. Und die Inschrift ist halt interessant, unter anderem steht da, dass man die Menschheit unter 500 Millionen halten soll und wenn sie aktuell 6 oder 7 Milliarden sind oder wie viel auch immer, dann weiß man ja, wie viel dann nicht mehr geben soll. Und man munkelt, ich hatte ja schon ein Video darüber gemacht und da sage ich ja, dass es die Skull and Bones waren, also auch wieder Freimaurergesellschaft und die haben die Steine aufgebaut und wollen halt dementsprechend nun, naja, lassen wir uns überraschen, wollte ich schon fast sagen, darüber haben wir jetzt einen Film gemacht. Im Film ist ja alles schön gut erklärt und vielen Dank auch an die Mädels, ihr wart super, einfach spontan ein Video machen, ist doch geil, finde ich super. Innerhalb von ein paar Tagen haben wir es gemacht und ja, online gestellt, vielleicht gibt es ja noch einen zweiten Teil, klickt auf den Link im Infobereich, denn das ist auf einem anderen Kanal, auf meinen anderen Kanal. Klickt auf den Link, dann könnt ihr das Video sehen, ich hoffe es macht euch Spaß, ist etwas gruselig, weil die sonst noch irgendwas sagen, ne, so viel mal von mir, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Video.